Berlin. Wie das Statistische Bundesamt meldet, haben die Fälle von Alkoholsucht, Depression und Burnout gerade in städtischen Ballungszentren stark zugenommen. Betroffen sind vor allen Dingen berufstätige Frauen zwischen 35 und 55 Jahren. Die Beratungsstellen sind überlaufen, die Therapeuten hilflos. Offenbar greifen immer mehr Betroffene zur Selbsthilfe. Sie verlassen die Städte und suchen Heilung bei den Tieren und in der Natur. Die A24 bei Sukkof verlassen, durch leere Dörfer über holprige Straßen. In Marnitz geht's in Richtung gruner Berge. Wie kommt's, dass ich jetzt schon viel ruhiger werde? Die Kiefern duften, der Buntspecht lacht. Fuchs und Hase sagen sich ihr Gute Nacht. Kann es sein, dass hier noch irgendjemand wohnt? Dann bin ich auch schon da. Der Weg hat sich gelohnt. Am Ende des Weges steht mein Haus im Wald. Nur auf Sand und Wiese, keines Wald. Kommst du hier vorbei, dann wirst du verstehen. Hier willst du bleiben und nie wieder gehen. Liegt es am Job, am Mann, an der Familie, dass ich mich down und immer downer fühle? Ausgebrannt, verängstigt, die Hoffnung verloren. Der Tinnitus säuselt in meinen Ohren. Ich muss raus aus dieser Welt, hinein in den Wald. Warum ist mir immer so entsetzlich kalt? Ich brauch die Natur, brauch Pferde und die Stille. Das Haus im Wald ist mein letzter Wille. Am Ende des Weges steht mein Haus im Wald. Nur auf Sand und Wiese, keines Wald. Kommst du hier vorbei, dann wirst du verstehen. Hier willst du bleiben und nie wieder gehen. Es sollt nur für ne Woche sein, doch schon nach zwei Tagen zieht mich nichts mehr wirklich heim. Warum ist schwer zu sagen. Vielleicht ist es ja die Magie zwischen Mensch und Tier. Ich frag mich, muss ich wirklich heim? Sonst bleib doch einfach hier. Am Ende des Weges steht mein Haus im Wald. Nur auf Sand und Wiese, keines Wald. Kommst du hier vorbei, dann wirst du verstehen. Hier willst du bleiben und nie wieder gehen. Hey Leute, sind die Pferde schon am Anbinder? Wo ist eigentlich Uwe? 17 Uhr ist Abritt. Wir wollen zum See. Auf der Äquitana? Schmeiß mir doch mal das Halfter darüber. Da lassen wir ihn noch hin. Ich brauch noch ein Pad. Jetzt aber los. Ab geht's.